Wir denken, dass das, was wir wahrnehmen und durch unsere eigenen Augen sehen, das ist, wie die Welt ist, wie die Realität aussieht. Ist das wirklich so? Wie rede ich mit mir? Verurteile ich mich oder bin ich liebevoll zu mir? Neide ich? Werte ich ab? Fühle ich mich in meinem Umfeld wohl und geliebt? Kann ich Liebe und Mitgefühl geben oder fällt es mir schwer, auch Selbstmitgefühl? Und fühle ich mich überhaupt erstmal sicher? Im heutigen Podcast geht es um die Wahrnehmung und ob du deiner eigenen Wahrnehmung trauen kannst, wie andere Menschen sind, wie du dein Außen wahrnimmst, aber vielleicht auch dich selbst. Was hat das mit Prägungen zu tun? Du lernst, was Prägungen und Überzeugungen sind und wie kannst du dieses Bild anpassen, erweitern und verändern? Und wenn wir alle anfangen, die Perspektiven zu wechseln, die Wahrnehmung zu hinterfragen, ob das wirklich unsere Wirklichkeit oder Realität ist und auch die anderen sehen. Wenn ich sie sehe, sehe ich auch mich und das ist das, wo wir eigentlich hinwollen. Ich freue mich sehr, dass du heute im Fully Connected Podcast wieder zuhörst mit mir, Pia Bauer. Ich bin systemischer Coach. Ich bin Business-Trainerin und Coach für emotionale Intelligenz, für Self-Leadership, Resilienz, Motivation und Kommunikation. Und ich unterstütze Einzelpersonen und Teams und ganze Unternehmen dabei, letztendlich wieder Wohlbefinden zu finden, besser miteinander umzugehen, Freude zu haben, stärkenbasiert zu arbeiten und letztendlich ein erfüllteres Leben in allen Dingen zu haben. So, und jetzt machen wir mal ein kleines Gedankenexperiment. Stell dir vor, du wärst allein auf einer einsamen Insel geboren. Nur du. Auf einer wunderschönen, einsamen Insel. Du wächst auf und du kennst deine Insel so, wie sie ist. Du weißt, wie du dich ernährst. Du weißt, wie du überlebst. Du weißt, wo du nachts schläfst. Du baust dir so dein eigenes Camp. Du bringst dir diese ganzen Dinge selbst bei, weil es gibt ja nur dich. Du hast jetzt auch keine Bedürfnisse nach Verbindungen oder irgendwas, was du nicht hast, weil du kennst ja nur das, was du kennengelernt hast. Nur dich ganz alleine. Eines Tages strandet aber eine andere Person, die dir sogar ähnlich sieht, wo du denkst, ah ja, das ist ein ähnlicher Schlag wie ich, weil ihre Insel überflutet wurde. Und sie musste sich auf den Weg machen, eine Lösung finden, wie sie überlebt. Und auf einmal kommt sie da bei dir auf der Insel an. Ihr versteht euch gut, auf einmal irgend so ein innerer Instinkt, so eine Intuition sagt, das ist jetzt keine Gefahr, sondern wir kommen hier nett zusammen. Und nimmst ihr mit, zeigst ihr die Insel, weil wir, sag ich mal, im Grundtiefen Inneren sind wir ja alles gute Menschen. So. Sie fragt aber dann auf einmal diese Person, warum du dein Dach jetzt flach gemacht hast und nicht wie ein Dreieck gestaltet hast. Da gibt es sicher auch einen Fachbegriff, den ich jetzt gerade nicht weiß. Denn dann kann doch der Regen viel besser ablaufen. Und erst mal bist du total irritiert. Denn darüber hast du dir in der Form nicht Gedanken gemacht, du hast sowas noch nie gesehen. Und dein ganzes Weltbild bricht so ein bisschen zusammen, weil du dachtest, du hast hier die absolut beste Lösung gefunden. Und so wie es ist, soll es auch sein. Folgende inneren Emotionen oder auch Reaktionen könnten dann auftreten. Nummer eins, die Irritation löst Ärger aus. Was maßt es sich an, dass sie jetzt auf einmal meine tolle Konstruktion hier kritisiert? Das kann sein, abwerten, die weiß es doch sowieso nicht. Und innerlich merkst du, dass dann so ein richtiger Frust aufkommt. Bin ich jetzt nicht gut genug? Bin ich blöd? Oder auf der anderen Seite könnte aber auch sein, dass du denkst, aha, interessant. So habe ich das aber noch gar nicht gesehen. Vielleicht müssen wir es mal ausprobieren. Vielleicht hat sie recht. Sollte ich mir mal anschauen. Und du stellst ihr deine Rückfragen. Bist offen, interessiert und denkst, ja, vielleicht ist das eine gute Lösung. Wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen und diese Wahrnehmung aus der Sicht, wie wir aufgewachsen sind, angucken, ist die Wahrnehmung dann auch wirklich die Wirklichkeit. Und da geht es nicht nur um natürlich, wie baue ich ein Dach, sondern es geht um viel Tieferes, um viel Unterbewusstes, nämlich die Interaktion durch Menschen. Weil wenn du dir vorstellst, es gibt nur dich auf einer Insel, natürlich gibt es dann deine eigenen Gedanken in dir. Aber ein weiterer Faktor kommt noch dazu, der auf einmal dein Weltbild auseinanderbringt, das sind andere Menschen und deren Prägungen und Meinungen. Das nennt sich dann auch ein System. Das heißt also, ihr habt so eine Art Interaktion mit euren eigenen Wahrnehmungen und euren eigenen Prägungen gemeinsam, die sozusagen aufeinandertreffen. Und dann gibt es Menschen, die in ihrem System, also zum Beispiel ist deine Familie ein System oder das Team, in dem du arbeitest oder dein Unternehmen. Bei manchen passt es dann oder man gewöhnt sich mit verschiedenen Prägungen aneinander oder auch Überzeugungen. Da komme ich aber gleich nochmal dazu. Oder eben nicht und die ganze Zeit passt sozusagen dieser Deckel nicht auf den Topf. Dein Bild, wie du die Welt und dich selbst siehst, ist nichts, was von heute auf morgen entsteht. Es ist eine Art von Konditionierung, die über eine ganz, ganz lange Zeit stattfindet. Also mit äußeren Faktoren, aber auch inneren Faktoren. Zum Beispiel, wenn du in einem privilegierten Vorort aufgewachsen bist, ob deine Eltern wenig oder viel Geld hatten, ob sie getrennt sind, ob es nur ein Elternteil gab, ob du eine Frau bist oder ein Mann bist oder divers aufgewachsen bist. Dein Weltbild wird aus dieser Sicht auch diese Erfahrung geprägt. Eine Frau sieht die Welt anders als ein Mann. Das ist einfach so, wir sind in einem anderen, sag ich mal, biologischen Körper. Eine weitere Konditionierung, also was, was ich erlebe über eine lange Zeit, können auch dann diese Glaubenssätze oder auch die Überzeugungen, die dann die Eltern oder auch die Erziehungspersonen oder das Umfeld, also auch wieder dein System, haben, in welchem du aufgewachsen bist. Wenn wir jetzt also auf eine Ebene tiefer gehen, von diesem System, in dem du, also gesellschaftlichen Systemen und biologischen Systemen, in dem du aufgewachsen bist, noch eins tiefer gehen, wenn zum Beispiel dein Vater immer nach Hause kam und dir vorgelebt hat, dass Arbeit eben schwer ist. Es ist anstrengend. Er musste sich nach dem Arbeiten immer entspannen, weil ihm macht das nicht so richtig Spaß. Das Arbeit ist da, um Sicherheit zu haben, um Geld zu haben, aber nicht Erfüllung. Dann ist das auch was, was wir als Kinder erstmal als wahrnehmen. Oder die Mama zum Beispiel oft sich im Spiegel anschaut und sagt, ach, ich bin nicht zufrieden mit meinem Körper. Du das genauso dann immer in der Werbung siehst, dass alle Models total schlank und dünn sind und du dich dann im Spiegel anschaust und immer mehr hinterfragst, bin ich eigentlich dünn genug und dann vielleicht auch diese Überzeugung übernimmst, ich könnte dünner sein und ich muss dünner sein, damit ich Erfolg habe, damit ich beliebt bin, damit ich anerkannt bin. Oder die dritte Überlegung wäre dann auch zum Beispiel, wenn die Gesellschaft vorgegeben hat, dass nur Männer es in gewisse Positionen schaffen, wenn wir es mal früher nehmen, es verändert sich langsam, sage ich mal. Das heißt also auch in dem Konstrukt, in dem du vielleicht aufgewachsen bist oder sage ich mal viele von uns, es müssen nicht alle sein, viele von uns, wo die Mütter noch Vollzeit zu Hause waren, also gesellschaftliches Konstrukt, das uns vorgelebt wurde oder auch was im Kindergarten dann schon als weiblichere und männlichere Stärken und Fähigkeiten herausgearbeitet wird, auch in der Schule, Mathe, Physik versus Kunst, Musik etc. Das kann natürlich auch langfristig jemanden oder dich konditionieren. Das mag jetzt erstmal auch uns so ein Schwarz-Weiß-Bild darstellen, sollen aber nur so ein paar Beispiele bringen, damit du verstehst, dass dein Weltbild von diesem Außen, wie auch Dinge gelebt werden, einerseits auf Gedankenebene und auch gesellschaftliche Strukturen konditioniert wird. Und dadurch, wenn man das alles dann zusammensetzt, wie so Puzzleteile, also zum Beispiel nur ein Elternteil da gewesen, früher viel gefördert worden im Bereich Mathe, Physik und aber auch als vielleicht eine erfolgreiche Mutter zu haben, dann ist dein Weltbild anders als jemand, deren Eltern arbeiten, um Sicherheit zu schaffen. Dann hast du vielleicht ein Weltbild, dass man viel arbeiten muss, um zu überleben. Und so hat jeder eigentlich seine Wirklichkeit. Vielleicht hast du nochmal als kleinen Exkurs, auch um diese Wirklichkeit nochmal zu beschreiben, gesehen, dieses Bild eines Kleides. Du kannst einfach mal weißes Kleid in Google eingeben oder ich glaube blaues Kleid. Es gibt wohl ein Kleid, in welchem wir verschieden, also die Menschen, die es anschauen, jeder irgendwie eine andere Farbe sieht. Also es gibt eine, die Gold-Weiß sehen oder die anderen, glaube ich, lila-schwarz oder blau-schwarz. Das ist natürlich ein biologisches Phänomen, aber zeigt auch nochmal, jeder sieht die Welt aus seiner eigenen Brille. Und das prägt uns letztendlich. Also das, was ich gerade vorher nochmal gesagt habe, das, was wir in der Erfahrung, in unserem Leben gemacht haben, das kann, je öfters wir das vorgelebt bekommen, irgendwann mal selbst denken, also wenn ich dann selbst am Spiegel vorbeilaufe, das prägt uns und das bildet auch, das ist dann auch eine Prägung, also das bildet dann auch letztendlich deine Wahrnehmung der Welt, wenn wir das nicht bewusst tun. Denn diese Prägungen gehen ins Unterbewusstsein und wenn du dir mal einen Eisberg vorstellst, dann sind 85% unter Wasser, da gehören diese ganzen tiefunbewussten Überzeugungen und Prägungen. Wir nehmen jetzt mal dieses Wort Prägung, das ist alles ähnlich, Konditionierung, Überzeugung, Prägung, das ist alles, was im Innen passiert. Prägung ist eher von außen, was dann nachher eine Überzeugung wird, so ein kleiner Exkurs zur Erklärung. Aber häng dich bitte nicht an diesen Formulierungen auf, sondern es geht darum, dass das alles im Unterbewusstsein gespeichert wird und das weiterhin deine Wahrnehmung schärft von dir selbst und von anderen. Du kannst dir das auch so ein bisschen vorstellen wie, erstmal ist ein Gedanke ein Samen und je mehr wir diesen Samen gießen, also je öfters wir diesen Gedanken denken und vielleicht auch je mehr Emotionen wir damit verbinden, also zum Beispiel, ja, du wirst oder wurdest einmal in der Teenager-Zeit betrogen und die Trennung war so schmerzhaft, dass dieser Samen und dieses, du immer wieder dieses Gefühl des Betrogenwerdens, also des Misstrauens auch in andere Menschen hochholst, dass du diesen Samen sehr groß säst und dann das wie so ein verwurzelter Baum irgendwann mal wird. Je mehr wir irgendetwas sehr, also wässern, desto mehr können sich ja dann die Wurzeln auch bilden. Und so kannst du dir das auch mit einem Gedanken oder einer Überzeugung dann vorstellen. Und je fester sowas ist, desto schneller gibt es dann die emotionale Reaktion. Das heißt, wenn du am Spiegel vorbeiläufst, dann ist vielleicht Abwertung oder Minderwertigkeitsgefühle sind dann da oder Unzufriedenheit. Genauso natürlich das Gegenteil. Oder wenn du, ja, Angst hast, deinen Job zu verlieren, weil deine Prägung, Überzeugung ist, der Job muss sicher sein, dann können da ganz viele Ängste, Sorgen und innere Unruhe hochkommen. Wie können wir denn jetzt aber dadurch? Müssen wir unsere Wahrnehmung verändern oder neu evaluieren? Wenn du dir nochmal diese Inselperson anschaust und die andere Person, die ihr diese Idee als Sicht aufzeigte, also dieses Dach zu bauen, dass es anders gestaltet werden könnte, dann wäre ja die schönere Option gewesen, dass die Idee angenommen wird. Dass nicht der, also der primäre Inselbewohner, der du jetzt zum Beispiel warst, dass die Option A, die ich vorgeschlagen hatte, dass wir erstmal denken, was maßt die sich eigentlich an? Ich kann das doch viel besser als sie. Woher soll die das wissen? Und die Option B war ja dann auch, zu sagen, hm, vielleicht muss ich es mir mal anschauen, vielleicht zieht sie das in ihrer Welt anders und lass es mal ausprobieren. Rein rational, wenn wir jetzt sprechen, ist, glaube ich, uns beiden völlig klar, dass es die zweite Option ist, die schöner ist. Aber je tiefer diese Wurzeln verwurzelt sind und je mehr ich daran auch festhalte, desto schwieriger ist es natürlich auch, diese andere Wahrnehmung mit einzunehmen. Und es geht nicht nur darum, andere Ideen zu sehen, sondern natürlich auch, die Welt einer anderen Person aus ihrer Erfahrung verstehen zu können. Und dafür braucht es natürlich einen Perspektivwechsel und Empathie. Wie könnte sich diese Person fühlen, so wie sie sich fühlt? Und es braucht dafür auch ein bisschen Kreativität. Es braucht auch Glaube. Also wenn wir jetzt auch nochmal an die Erfindungen gehen, wie das Rad oder das Internet. Natürlich kann das auch nicht jeder machen. Es ist auch eine Veränderungsoffenheit da, die da sein sollte, um zu akzeptieren, dass es eine andere Sicht der Dinge gibt. Weil wenn du dir mal die Sätze gibst, dieses Internet, was wir mal in den 90ern gehört haben, dieses Internet, da glauben sie nicht daran, dass das überleben wird oder auch die Erfindung der Dampflok, dann gibt es ja immer Skeptiker. Und oft sind wir auch innerlich natürlich skeptisch, die andere Sichtweise einer anderen Person zu sehen. Weil das würde ja unser Weltbild, so wie wir die Dinge, die Erfahrungen gemacht haben, also wenn jetzt auf einmal sagt, auf einmal, mir macht aber mein Job total viel Spaß. Also zu mir wurde das auch mal gesagt, als ich gefragt wurde, ob es mir nichts ausmacht, mal am Freitagabend zu arbeiten oder am Wochenende, habe ich gemeint, nein, weil wenn ich coache oder wenn ich Workshops gebe, dann bin ich da so in meinem Element, dass ich so viel Freude habe und das weitergeben kann, dass ich davon Energie bekomme. Es zieht mir natürlich auch in einer Form von, ich gebe auch viel Energie rein, aber ich bekomme Energie, so viel Energie zurück, weil ich da ein Passion-Projekt drin habe, weil ich weiß, es funktioniert, weil ich so einen großen Sinn dahinter habe. und das erschüttert natürlich das Weltbild der anderen Person, die dann vielleicht sagt, nee, also ich habe mir angewöhnt, dass ich da einfach nur arbeite und ganz viel Geld verdiene, damit ich vielleicht irgendwann mal in Pension gehen kann und dann glücklich bin oder am Wochenende lebe oder wenn ich in Urlaub gehe. Und dann kann es auch sein, dass sich Menschen von einem abwenden, wenn das Weltbild so einfach nicht aufeinander passt. Ich habe übrigens im Blog oder auf dem Blog noch mal mehr Beispiele dazu. Du findest nämlich zu jedem Podcast auch immer einen Blogartikel, lies da ihn gerne durch. Da gibt es dann auch immer Verlinkungen, die du auch unten siehst zu weiteren Podcasts, die dir da helfen können. Wenn jetzt also ich auch einer anderen Person erzähle, dass zum Beispiel mein Job auch Spaß machen kann und doch auch wieder diese Offenheit und die Veränderungsbereitschaft der anderen Person da ist, dann kann es sein, dass dann auf einmal eine ganz andere neue Kommunikation entsteht, vielleicht eine andere Konsens gemeinsam entstehen kann, um gemeinsam an Lösungen oder einer besseren Kommunikation oder einem besseren Umgang miteinander gearbeitet werden kann. Wie kannst du das jetzt lernen? Welche Dinge helfen dir, um in diese Wahrnehmungsveränderung zu kommen, um die Dinge mal zu erweitern? Du kannst dir das so ein bisschen vorstellen wie so ein Fernglas und wenn wir ein Fernglas auf eine Sache ausrichten und da immer den Fokus drauf bringen, dann ist ja unser Blickwinkel sehr eingeschränkt. Dann sehen wir vielleicht irgendwo einen Vogel, aber wir sehen außenrum nicht, ob da jetzt noch ein Fuchs rumrennt, zum Beispiel. Und darum geht es, diesen Winkel zu erweitern. Das heißt zum einen den Winkel für andere, aber zum anderen starten wir dabei immer bei uns im Innen selbst, also unser Selbst reinhören, um mal diese 85 Prozent des Eisbergs unten mal zu betrachten. Dafür braucht es zum einen erst mal dieses Bewusstsein über die eigenen Prägungen. Also was sind deine eigenen Gedanken über die Wahrnehmung, über andere Menschen? Also wie nehme ich mich selbst wahr? Das sind so Coaching-Fragen, die du dir stellen kannst. Wie rede ich mit mir? Verurteile ich mich oder bin ich liebevoll zu mir? Da gibt es übrigens auch den letzten Podcast, die Nummer 68, zum Thema inneres Team. Das sind nämlich genau so eine Struktur der verschiedenen Gedanken, die wir noch ein bisschen besser aufteilen können. Schaust dir oder hörst dir auf alle Fälle mal an. Setze ich mich selbst in so eine Art Schublade? Wir schieben ja gerne Gruppen zusammen in Schubladen. Da fühlen wir uns sicherer, wenn wir zugehörig sind. Möchte ich da überhaupt sein? Fühle ich mich authentisch in dieser Gruppe? Und kann ich überhaupt authentisch sein? Weiß ich, wer ich bin? Und du kannst es auch noch mal, wenn du uns außen diese Fragen stellst, dich noch mal fragen, verurteile ich Menschen oder Dinge? Neide ich? Werte ich ab? Fühle ich mich in meinem Umfeld wohl und geliebt? Kann ich Liebe und Mitgefühl geben? Oder fällt es mir schwer, auch Selbstmitgefühl? Und fühle ich mich überhaupt erst mal sicher? Dann gehen wir auch noch mal an dieses Thema Bedürfnisse. Da gibt es übrigens auch noch mal eine Folge dazu. Ich verlinke sie unten in den Shownotes. So, und um dieses Bewusstsein, das ist so der erste Schritt, dieses Bewusstsein zu stärken, da vieles im Unterbewusstsein liegt, kommen wir nicht immer selbst mit allen Fragen ran. Dafür empfehle ich immer Coaching, wenn du sagst, du bist in einer Situation, die du gerade nicht verändern kannst und möchtest. Wäre dann aber der zweite Schritt noch mal, nachdem du deine Gedanken hinterfragt hast, Achtsamkeit zu praktizieren und Achtsamkeit ist manchmal für manche so ein ausgelutschter Begriff, aber es ist letztendlich dieses, die Wahrnehmung zu erweitern und zu schärfen. Darum geht es eigentlich in der Achtsamkeit. Das können wir im Außen und im Innen machen. Innen ist natürlich Bewusstsein auch gleich Achtsamkeit, aber in der Außenwahrnehmung, sage ich, Achtsamkeit schärfst du, indem du anfängst, deine Sinne klarer zu trainieren. Das heißt, raus aus diesem Fernglasblick, rein in dieses, aktiv mal in die Natur stehen und zu schauen, was sehe ich gerade, welche Farben kann ich sehen. Einfach mal stehen bleiben, das geht alles nicht im schnellen Tun, machen hier, schneller, weiter, Digitalisierung und so weiter, sondern das ist eigentlich mal im Stopp. Was sehe ich für Farben? Wie würde ich diese Farben beschreiben? Was schmeckst du? Isst doch mal eine Rosine oder ein Schokostück, mal ganz bewusst, lass mal auf der Zunge zergehen. Was kannst du rausschmecken? Was riechst du? Kannst du frisch gemähtes Gras riechen? Was kannst du noch riechen? Wie geht es dir dabei, wenn du das riechst? Riechen kann Emotionen erwecken, also solche Dinge wie, ja, frisch gemähtes Gras ist die Kindererinnerung oder die Erinnerung an den Sommer oder es ist das Essen deiner Oma. Oder was hörst du? Da kann natürlich auch diese Wahrnehmung sehr stark mit einfließen, denn vielleicht, wenn ein trauriger Song dich an die Trennung deines ersten Freundes erinnert oder ein glücklicher Song, dann ist das ja auch ein großes emotionales Beeinflussen so deines Bildes. Und auch diese Emotionen dahinter bewusst wahrzunehmen, gehört auch nochmal zu diesem ersten Schritt. Also was triggert denn ein gewisser Gedanke in mir? Was fühle ich denn? Wie sabotiere ich mich denn da vielleicht manchmal selbst und rede mir selbst schlechte Dinge ein? Nimm es mal wirklich ganz bewusst wahr, als ob du dich auch mal aus einer anderen Position siehst. Also nicht bewerten, mit so einer offenen, neugierigen Haltung zu erkennen, welche Gedanken und Prägungen hast du denn? Vielleicht aber auch, bemerkst du diese auch stark in diesem ja außen. Also das heißt, wenn andere Menschen irgendwas zu dir sagen oder in irgendeiner Form negative Emotionen hervorgerufen werden, wenn jemand was sagt oder wenn etwas von dir erwartet wird und das dann aber auch mal zu hinterfragen, warum fühlst du dich denn so, wie du dich fühlst? Das ist so der erste Schritt, deine Eigenwahrnehmung zu stärken, um dann wieder rauszugehen mit anderen. Hilft zum einen, wir möchten natürlich alle Gruppen zugehören, zugehören, ja so heißt es, denn das gibt, das ist ein Urinstinkt, das gibt Sicherheit, wenn wir Menschen ähnlich sind. Gruppen zeichnen sich oft in den gleichen Einstellungen, vielleicht auch in Erfahrungen, in Ähnlichkeiten, in Werten aus, vielleicht ähnliche Interessen und Hobbys und das gibt uns letztendlich Sicherheit und es ist nochmal wichtig, auch oft zu hinterfragen, so wie ich mich verändere, weil jeder Mensch verändert sich auch passe ich denn überhaupt noch in diese Gruppe, was sind meine eigenen Werte, was ist mir hier wichtig, zum einen, also wie nehme ich denn auch meine Gruppe wahr, neiden wir die ganze Zeit, das kommt ja auch viel aus diesem eigenen Bewusstsein, fühlen wir uns dann wohl, weil wir andere abwerten, weil wir nicht gut mit anderen umgehen, weil wir vielleicht auch überhaupt nicht empathisch mit anderen sind, weil wir mit uns selbst nicht empathisch sind, dort auch natürlich immer aktive Entscheidungen treffen, da sage ich immer change it, leave it oder love it, mach dir darüber mal Gedanken, dann ein anderer Punkt ist auch um Perspektiven zu wechseln, zu übernehmen, ist der wichtigste Punkt eigentlich zuzuhören, zu fragen, Rückfragen zu stellen, nicht zu bewerten, also auch erstmal anzuerkennen, dass die andere Person ihre eigene Welt hat und um diese zu verstehen, müssen wir Fragen stellen und zuhören. Wie geht's dir dabei? Wie fühlst du dich? Erklär mir mal, warum du das heute so siehst, welche Erfahrungen hast du denn gemacht, damit du so siehst und dann kannst du nachher verstehen, wie die Welt des anderen aussieht. Was sind denn deine Bedürfnisse, kannst du auch fragen. Wenn wir auch die Bedürfnisse des Gegenüber kennen, dann können wir auch viel besser auch unsere Bedürfnisse erfüllen, dann verstehen wir die andere Seite besser und dann können wir auch darauf besser reagieren. Und ganz wichtig ist auch, nochmal als dritter Punkt, nimm es nicht persönlich. Also viele werfen uns ihr eigenes Weltbild, ihre Erfahrungen, manche sagen auch die Hölle, der anderen vor die Füße. Wenn jemand jeden Menschen hier auf der Straße anpöbelt, dann weißt du, was auch in dieser Person innerlich abgeht. Und die beste Reaktion ist immer Frieden und Empathie. Ja, manche Dinge sind nicht akzeptabel, aber auch hier bringt es nichts, mit den gleichen Waffen zurückzuschlagen. Hier helfen auch Frieden und Empathie. Denn Frieden in dir, Empathie mit dir, spiegelt sich nach außen und dann können Konflikte ganz anders gelöst werden. Und dadurch, wenn du diese Wahrnehmung, dieses Bewusstsein innerlich schärfst und auch wieder das Bewusstsein dann für die anderen, wir gehen immer vom Innen ins Außen, dann kannst du dein Weltbild anpassen, vielleicht auch mehr authentisch sein, wahrer zu dir auch sein, bist aber trotzdem flexibel und veränderungsbereit und offen für das, was andere leben, was andere sind, was letztendlich mehr, sag ich mal, Flexibilität in das Ganze bringt und weniger starre Strukturen. Und das kann ganz friedlich in uns dann enden. Und das ist auch letztendlich das, was wir alle gemeinsam wollen. Bitte beachte, der Prozess braucht Zeit. Manchmal gibt es einen riesen Aha-Effekt in einer ganz kurzen Zeit, vor allem, wenn irgendwelche riesigen Sachen passieren. Gesundheitlicher, sag ich mal, zum Beispiel Burnout ist ein ganz großes Erkennen der Wahrnehmung oder einen Unfall. Also ich sage mal so, es sollte hoffentlich niemanden passieren und ich hoffe, das ist auch noch niemanden von euch passiert, aber diejenigen, denen es vielleicht schon passiert ist, können das nachvollziehen. Ansonsten ist es eher ein langfristiger Prozess, wenn du sagst, hier sind auch Situationen, da fühle ich mich nicht mehr wohl. Dann geht es darum, das in dir zu erkennen. Und wenn wir alle anfangen, die Perspektiven zu wechseln, die Wahrnehmung zu hinterfragen, ob das wirklich unsere Wirklichkeit oder Realität ist und auch die anderen sehen. Wenn ich sie sehe, sehe ich auch mich und das ist das, wo wir eigentlich hinwollen. Ich freue mich sehr, dass du heute zugehört hast. Schreib mir doch mal auf Instagram pia.bauer.coaching deine Takeaways. Was hast denn du heute mitgenommen und was setzt du für dich um? Alle Infos findest du in den Shownotes. Ich freue mich total, wenn du mir folgst auf diesem Kanal und auch mir eine positive Bewertung hinterlässt auf iTunes, damit noch mehr Menschen mich finden können. Ansonsten findest du noch mal alle Ressourcen auch zum Support, also der Unterstützung, um dein Bewusstsein, deine Wahrnehmung zu finden, unten für ein kostenloses Coaching-Gespräch. Und dann wünsche ich dir jetzt eine tolle Woche. Bis dahin, alles Liebe, deine Pia. Tschüss. Bis dahin, 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 bis dahin,